Ja, hallo Leute, es geht weiter mit Remember Me. Deswegen werden wir jetzt hier auch mal rumklettern. Wo soll ich denn lang? Warte mal, da komm ich doch her, oder nicht? Warum? Warum hast du uns das angetan? Ich bin schon richtig anscheinend. Vergiss mich. Da hat jemand aus dem Fenster geguckt und fragt sie auch, was will die? Oh, und diese ganzen Drohnen. Nicht Drohnen, sondern wie heißen die nochmal? Naja, diese Roboter halt. Irgendwie gruselig, wie die da alle so unbewegt und totstehen. Der eine hier sogar so unten, Oberkörper nur. Alle so müll. So unmenschlich alles. Nervwürdig. Halt alles ersetzt. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Hier geh ich wieder zurück. Hier komm ich doch her. Das kann doch nicht richtig sein. Hilfe. Hilfe. Hier komm ich doch her. Der hätte mich fast erwischt. Also wenn ich zurück kann, aber nicht wirklich zurück kann, dann wo, wo, was? Ich komm hier nicht mehr weg. Ich komm hier nicht weg. Mann, er schießt das Ding doch einfach. Kann ich hier nicht wieder durch? Das gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Wo soll ich denn lang? Ich kann doch nicht an der Drohne vorbei. Bin ich doof? Das Drohnen nach Zahlen. Hä? Hä? Wurde ich jetzt schon so oft von der Drohne getroffen, dass ich da für eine Errungenschaft bekomme, oder was? Wohl kaum. Das ist irgendwie komisch. Ich will da gar nicht wieder durch. Ich verstehe das gar nicht. Ich werde jetzt einfach mal die Stange hier hochklettern. Das werde ich tun. Obwohl ich das Gefühl habe, dass ich... Nee, hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. Nee. Ich glaube, hier bin ich eher richtig. Ah. Satpatch. Lebensbalken plus eins. Das fünfte eingesammelte Satpatch fügt ihre Gesundheitsange an weiteren Balken zu. Yeah, endlich. Wir haben viel zu wenig davon. Viel zu wenig. Okay. Das war also eher so ein... Secret-Ort wieder. Ja. Immerhin. Auch wenn ich dachte, hier geht es jetzt weiter. Reda, komm ich her. Kann ich mich noch weiter nach links? Kann ich hier runter? Kann ich sogar. Hehe. Kann ich, kann ich, kann ich. Da oben komm ich her. Kann ich hier wieder zurück? Nein. Nein. Also muss ich ja da lang. Nee, ich muss da lang. Wieso muss ich da lang? Hier und dann schnell nach links. Dann habe ich es nämlich geschafft. Ach so. Ah, ich hätte gleich nach links laufen dürfen. Sonst kommt man da ja aber gar nicht mehr weg. Wie scheiße ist das? Wer bist du denn? Wenn sie eine Elite in Forster treffen, nehmen sie selbst Schaden. Was soll ich machen? Schießen. Hier. Das ist so doof, ne? Dann bin ich aber selbst gleich tot. Auch nicht gut. Das war jetzt doof. Am besten nochmal sterben. Ich will es noch mal machen. Stirb. Mach schneller. Danke. Manchmal möchte ich sterben, damit ich wieder volle Gesundheit habe. Sonst muss ich mich nämlich in wirklich, wirklich blöden Situationen so weiter durchkämpfen. Nur ein Problem ist, wo soll ich hin? Kleine Lady. Ich bin aber keine kleine Lady. Wo soll ich lang? Was mache ich denn jetzt mit ihm? Hallo? Das ist halt so eine gute Frage, oder? Kann ich nicht hier was machen? Greift er sich so selber an, oder? Hallo? Machen wir das Spielchen jetzt ganz, ganz lange? Ich habe das Gefühl, das könnte ich hier durch. Aber irgendwie kann ich... Tja, ist doof, ne? Greift er sich selber an? Kann ich das nicht hier so, ihr wisst schon? Oder kann ich... So, ne? Oder gibt es dann... Ja? Was soll ich machen? Du hast alles, was du kannst. Ich will weg hier, das will ich. Vielleicht muss ich ja so ne... Ich will das nicht machen, dann greife ich mich an. Ja! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ist da links irgendwas? Oder warum guckt sie da so hin? Kann ich hier irgendwas synchronisieren? Ach, er kommt schon wieder. Bring dich mal selbst um. Oder ich muss ihn hier so weglocken, auf diese Seite. Da braucht er doch schon ein bisschen länger. Aber wenn ich irgendwo hinziehe, macht es automatisch dahin. Das kann ja nicht richtig sein. Ich weiß nicht. Irgendwie ist das total doof, was ich... Das greift mich doch auch an. So klappt das nicht. Es klappt so einfach nicht. Ich bin gerade echt zu wohl. Um zu kapieren, was ich machen soll. Ich kann ja auch keine Bombe und nichts legen. Ist ja nicht so, als wüsste ich nicht, was ich für Fähigkeiten habe. Aber ich kann die ja nur bekommen, wenn ich jetzt auch kämpfe. Also muss ich doch hier durchkommen können. Muss doch da irgendwie durchkommen. An den roten Dingern. Ja, super. So greife ich mich nur selber an. Das ist ein totaler Schwachsinn. Und das reicht nicht mal. Ich bin schon mehr tot als er. Wie komme ich dann hier jemals weg? Ich habe keine Ahnung. Ich werde es abmachen müssen und es herausfinden müssen. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Und zwar ist es so, dass ich diesen Enforcer zwar schon besiegen kann, aber nur, indem ich mich gleichzeitig auch immer selber heile. Das heißt, ich werde jetzt mal schnell in meine Kombo-Geschichten gehen und gucken, was ich nochmal eingestellt habe. Eigentlich habe ich ja immer so eine lange Dings gemacht, um mich zu heilen. Oder ich muss sie jetzt halt kurz mal umstellen. Okay. Das werde ich jetzt mal ganz kurz tun. Ich werde da jetzt überall mal kurz nur Heilung reinsetzen, wenn ich das kann. Geht das hier auch? Das geht, glaube ich. Y, Y, X werde ich jetzt mal probieren. Ich werde es einfach mal tun. Ja, im nächsten Kampf, ne? Weil anscheinend hat er mich jetzt schon wieder hingekriegt. Y, Y, X, glaube ich. So, dann komm mal. Oh, ich kann auch rennen. Ja, ihr habt das schon verstanden. Das macht mir jetzt aber mehr... Das war nicht gut. Irgendwas stimmt nicht. Ich mache jetzt mehr, ähm, Zeit. Warum hat er das jetzt nicht auf Heilung gesetzt? Wie ich gesagt habe, verstehe ich jetzt nicht. Mach Heilung gefälligst, wenn ich das sage. So, da darfst du jetzt einen Schaden reinhauen. Y, Y, X. Das ist ja doof. Total doof. Keine Zeit. Ich will keine Zeit da drin haben. Ja? Ich glaube, ich sterbe. Ah, doch. Das hat geklappt. Okay. Mach mal die Logikbombe, wenn du kannst. Wenn du kannst. Logikbombe. Jo. Heile dich. Yes. Ich habe mich ganz klein wenig immer geheilt. Und jetzt kann ich das hier auch aufmachen. So ist das also. Ich verstehe. Will ich da jetzt mal rein? Oh, toll wäre, wenn ich natürlich hier so ein Heilungsding finde. Aber nein. Ich finde einen Amnesist. Die Geschichte von Neo Paris. Auch schön. Ich würde mich aber lieber heilen gerade. Ich würde mich lieber heilen. Bitte bedienen Sie sich. Warum kann das Wasser mich jetzt nicht heilen? Sie schrubbt hier schon wieder. Alle putzen immer die Fenster. Naja, bei den ganzen Glasfenstern haben die auch eine ganze Menge zu tun. Die meisten jobben hier als Fensterputzer. Da kriegt man immer eine Stelle in. Memorize. World. Bitte nicht noch mehr von den Viechern. Wo kommt die Drohne lang? Die bleibt denn? Nicht gut. Bleib mal schön da hinten. Da hinten habe ich dich gut im Blick. Oh, ich muss niesen. Oh, jetzt muss ich niesen. Ach ja. So, hier kann ich, äh, rüber. Jetzt kommt die da nicht mehr lang, oder? Nee. Hey, hey. Aber da lang. Kommt die hier rein? Nee. Wo lang? Oh. Oh. Irgendeiner hat mich doch erwischt. Von links oder rechts, ich weiß es nicht mal. Man muss ja auch irgendwann mal anfangen zu gucken. Irgendwie muss ich ja auch mal raus. Die ganze Zeit nur abwarten bringt auch nichts. Laufen, laufen, laufen. Laufen, laufen. Laufen, laufen. Tschüss. Schnell wieder zugemacht. War auch gut. Ja. Das hat, äh, ne? War gut. Findet ihr auch. Kommt die denn hier immer rein? Ich, nee. Hier konnte ich auch noch rein, oder? Ja. So. Dann kommt die hier aber. Nein, ich will nicht entdecken. Oh. Oh. Nein. Ich muss aufpassen. Wenn ich die Jalousien aufmache, dann kommt sie auch bis in die Ecke. Verdammt. Soll ich dann in der Mitte bleiben und da die Jalousie aufmachen oder in die hinterste, wo ich gerade stand? Dann ist es voll fies. Ihr seid voll gemein. Ich bin mal wieder viel zu blöd für sowas. Dann bleibt die da drinnen gefangen. Das ist doch auch gut. Dann bleibt die da drinnen gefangen. Kommt die dann hier bis nach vorne? Nö. Ha. Jetzt ist sie nämlich gefangen. Sie ist nämlich gefangen. Die kommt aber bis da vorne. Das ist mir aber egal, weil... Weil... Aha. Okay. Da hinten geht es lang. Das schaffe ich so aber nicht. Dann muss ich sie ja... Ja, dann muss ich sie rauslassen. Okay, du kannst das. So. So. Die ist ja zu. Die bleibt auch zu. Aber wenn ich die jetzt aufmache, dann... Ich muss immer mal überlegen. Die geht ja jetzt außen lang. Wenn ich die aufmache, kommt die hier rein. Also doch eher von hier. Die da hinten aufmachen. Nee, wenn ich die hier aufmache, dann... Hä? Wo ist denn der Knopf? Ach, den kann ich ja nur von da. Ach, das ist ja doof. Dann also schnell auf. Hier rein. So. So. Wie jetzt? Schnell so. Die ist gefangen. Nee, jetzt bin ich so wie vorher. Verdammt. Aber ich habe hier aufgemacht. Genau. Nee, wie kriege ich das hin? Wenn ich da jetzt schnell reingehe... Dann kann ich mich ja nur wieder gefangen... Selber gefangen. Hä? Ich muss... Das ist bestimmt ganz einfach. Ich denke nur viel zu kompliziert wieder. Ich kenne mich doch. Wenn ich jetzt da schnell laufe, laufe, laufe... Genau, dann schaffe ich das doch. Genau. Jetzt habe ich es doch schon geschafft. Ach, Gottchen. Und hier ist so ein... So ein Ding. Ihr wisst schon. Heilung. Ach, ich bin schon geheilt. Ach so. Ach so. Doch, doch, doch. Wir haben übrigens schon etwas über 43% des Spiels geschafft. So superlang wird es also gar nicht mehr dauern. Edge, ich bin vor der Memorize-Zentrale. Die unteren Etagen sind überflutet. Und wie komme ich rein, Superhirn? Habe ich jemals versagt? Es gibt einen VIP-Zugang aus dem Dach des Gebäudes. Ich habe an alles gedacht. Wenn dein Plan so perfekt war, wieso ging ich dann wegen Mord in den Knast? Hey. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so genug gedreht habe. Keine Ahnung. Ob ich den Kran genug gedreht habe. Naja, ich kann ja nur da lang. Oder? Ja, ich kann nur da lang. Dann drehen wir nochmal. So könnte sie doch gut springen. Aber ich kann auch da versuchen hinzuspringen. Wo soll ich denn hinspringen? Ähm. Wo soll ich lang, Leute? Ihr müsst mir das schon irgendwie sagen. Ähm. Nillin? Tut mir leid. Sie ist einfach mal heruntergefallen. Das war es mit der Geschichte von Nillin. Ja. Wir haben uns dafür durchgekämpft. Damit sie einfach hier herunterfällt. Ich finde den Regen hier übrigens an den Glasscheiben sehr schön. Findet ihr das auch? Ich mag sowas. Ich mag es aber auch, wenn ich weiß, wo ich lang soll. Hier so ist er doch gut. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Dann machen wir weiter. Mit deiner Magic Hand. So. Jetzt kann ich da hinspringen. Juhu. Gar nicht lebensgefährlich. Gar nicht lebensgefährlich. Und ich vergesse dich auch nicht, Memorize. Soll ich jetzt auf die Statue da unten springen? Oder was habt ihr hier vor? Das erfahren wir im nächsten Part von Remember Me. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann.